Heute werde ich versuchen, in 24 Stunden 27 Diamant-Rüstungen zu sammeln und natürlich diese auch zu verzaubern, um daraus den wertvollsten Raum in meiner neuen Base zu bauen. Also, der Plan ist, einen Raum mit Rüstungsständen links und rechts an den Seiten zu machen. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wie kriege ich so viel Dier-Rüstung? Erfarmen werde ich die Diers ganz bestimmt nicht. Also, ich denke mal, mit den ganzen Emeralds vom Farmen aus der letzten Folge sollte das eigentlich genug sein. So. Uh, Feather Falling 3. Ich habe Feather Falling 4. Egal. Die ersten zwei Dinger, die wir brauchen. Ich würde sagen, wir machen eine Schalker von jedem Rüstungsteil. Pro 2 Unbreaking 2. Actually, gut. Das ist jetzt ein bisschen blöd, da ich nur drei Sachen pro Tag kaufen kann. Dann würde ich sagen, gehen wir mal pennen. Ich habe nicht... Ich bin da hingelaufen. Oh mein Gott. Protection 3 Mending. Was für ein Helm? Kein Unbreaking 3, kein Protection 4. Mir ist auch aufgefallen, ich habe auch keinen Effizienz. Auch keine der Spitze... Ich habe die Leute nicht für effizient. Ich habe keinen Effizienz, du. Du wirst mir das wirklich nicht sagen. Aber zumindest Protection müsste ich doch irgendwo haben. Protection 3? Habe ich das zusammengecraftet? Ich meine, ich muss ja eigentlich eh jetzt warten, basically, bis er hier wieder restockt und dann kaufen. Und dann... Erste Reihe ist schon voll. Yay. So, dann geht das Ganze rumgehacke los. Effi 5, let's go. Boom. Tut Not. Boom. Boom. Let's go. Erstmal einkaufen. Einkaufen ist immer das Wichtigste. Zack, zack, zack. Protection 4. Ich glaube es nicht. Hat ja auch nur drei Minecraft-Tage gedauert. Plot 4. Let's go. Full Plot 4 Rüstung. Let's go. Wir haben die Schuhschalker voll. Jetzt ist da noch Zeit, ein paar Kür und Pferde abzumurksen, dass wir noch ein bisschen Leder bekommen. Alle Schalker sind voll. Jetzt muss ich als Schritt Nummer 1 alles disenchanten und mit Schritt Nummer 2 dann alles wieder mit den richtigen Enchantments enchanten. So, dann können wir die alle mit ins Ende nehmen. Da unter dem letzten Video Pauli Kator kommentiert hat, dass hier oben das Loch 3x3 groß sein muss, zumindest verstehe ich den Kommentar so, werde ich also gleich nochmal die TNT-Kanone testen. Das ist jetzt sehr interessant. Oh, schon wieder Dias. Ja, moin. Und dann ist es jetzt nochmal Zeit, die TNT-Kanone zu testen. Ich habe hier oben das Loch größer gemacht. Und da würde ich sagen 3, 2, 1. Ich habe kein Totem in der Hand. Okay, das bringt mich kein Stück weiter. Das ist jetzt blöd. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da noch mehr Power reinkriegen soll, wenn 24 TNT nicht ausreicht, um mich hier hoch zu katapultieren. Der hier muss auf jeden Fall nochmal zombifiziert werden. Dann ist es mal Zeit, die Farm hinter mir hier zu reparieren. Oh, da ist er ja schon. Und als Dankeschön, weil ich seine Musik in meinem Streams verwenden darf, nenne ich ihn Melonite. Ich hoffe mal, der bleibt hier. Wir werden sehen. Watch this. Ja, na bitte. Na bitte. Ähm. Was war das? Warum ist er schon wieder weg? Da muss ich mir die Aufnahme nochmal angucken. Das ist suboptimal. Da dieser Villager hinter mir Bücherregale verkauft, hätte ich eigentlich gar keine Bücher fahren müssen. Und dann würde ich sagen, fange ich auch schon mal mit dem ersten Verzauberung auf den Schuhen an. Und das wird dann wohl Feather Falling 4 sein. Da ich anscheinend keinen Feather Falling 4 Villager hab, oder mehr hab, starte ich einfach mit Protection 4. Was immer noch 23 kosten soll. Dann fangen wir halt mit Mending an. Mein Gott. Top, das ist dann ein Mendingbuch zu viel. So, dann testen wir nochmal mit der Endermite. Der Melonite jetzt aus irgendwelchen Gründen Jubby Bot heißt. Nennen wir die Endermite erstmal Jubby Bot. Ah, da ist er ja. Der hier weg. Schade. Da ist die nächste Endermite. Ich bin mal gespannt, ob das so funktionieren wird. Ich glaub ja nicht dran, aber wir können's mal testen. Also ich könnte eins weiter nach hinten setzen. Das wär vielleicht ne Idee. So wird's doch wohl weit genug weg sein. Bitte. Das sieht gut aus. Dann kann ich anfangen. Mit meiner Mission. Hier sind die Bücher. Und hier sind die Schuhe. Mending auf allen Diaschuhen. Bro. So, überall ist ein Breaking drauf. Jetzt fehlt nur noch Protection. Und eigentlich auch Feather Falling. Aber Feather Falling lassen wir weg. Bro, ich glaub ich komm hier nicht unter 23. Was ist das für ein Scam? Aber ich denk ich sollte mir das leisten können. Dank der Raid Farm. Damit sind die Schuhe dann fertig. Und genauso werd ich auch die anderen Rüstungsteile verzaubern. Nur jetzt mit 400 Devils weniger. Ich pack die Schuhe mal lieber hier in die Kiste. Denn einen Raum muss ich ja später noch bauen. Oh, das sind ein paar zu viele Unbreaking Bücher. Und der nächste Armboss ist draufgegangen. So langsam ist der Verschleiß ziemlich hoch. Und auch alle Hosen sind entscharnet. Und auch alle Hosen sind entscharnet. Ah, und da ist er kaputt. Ich hab zwar nicht mehr so viel Zeit von den 24 Stunden übrig. Aber ich muss ja jetzt wohl nur der Übel warten. Bis ich mir wieder ein, zwei Armbosse craften kann. Denn ohne die geht's halt nicht weiter. Und die Chessplates sind fertig. Und die Helme sind fertig. Da die Zeit aber jetzt sehr knapp ist, hole ich mal lieber gleich das Obsidian. Wenn ich mich jetzt umdrehe, seht ihr den neuen Raum. Und falls ihr euch fragt, warum ich jetzt quasi ein Downgrade auf die Dia-Rüstung gemacht habe, weil so dieser Raum einfach viel krasser aussieht, Ich glaube, eigentlich wäre es ein Block breiter und so besser gewesen. Man hätte ihn auf jeden Fall sehr viel besser bauen können. Aber zeitlich hat es leider nicht gereicht. Und damit ist es geklärt. Man kann in 24 Stunden sehr, sehr easy eine Schalka von jedem Rüstungsteil sammeln. Und das sogar auch noch verzaubern. Also würde ich sagen, lasst doch sehr, sehr gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Und dann... Ciao!